Hallöchen, heute kommt die letzte Impfung dran für dieses Jahr, gell? Ja! Ist alles gut für uns? Ja, ja, super. Die Zähne sind raus, gell? Super! Ja, ja. Auf einmal war es so deutlich, die hintere, die zwei große, ne? Ja, genau, die Eckzähne hier. Ja, genau. Super, sehr schön. Da müssen wir auch nicht ran. Jetzt haben wir auch schon in die Ohren noch. So, jetzt auch mal gut festhalten. Was passiert? Ja, super. Super gemacht. Wie toll. Gut gemacht. Super, dann bist du schon fertig für heute. Hervorragend.